Ich war sehr, sehr zufrieden mit den Resultaten. Es war schön, in den Spiegel zu sehen und sich selbst auf Anhieb besser zu gefallen. Es war angenehm und ich würde es wieder machen. Die Thermage Hautstraffung und Konturierung bedeutet einen Durchbruch in der Zielsetzung einer sicheren, nichtinvasiven Methode, um Hautalterung entgegenzuwirken. Mit der einzigartigen Thermage Behandlung werden eine schöne, natürlich aussehende und straffere Haut, aufgefrischte Gesichtskonturen und gesünderes Kollagen erzielt. Thermage arbeitet mit einer patentierten Radiofrequenztechnologie. Die sichere Behandlung zur Hautstraffung, zum sanften Lifting und zur Korrektur der Konturen ist klinisch erprobt. Diese nichtinvasive Methode ist schnell, einfach und verursacht keinerlei Ausfallzeit. Sie ist zudem eine sichere und kostengünstigere Alternative zu kosmetischen Eingriffen. Das Ergebnis ist eine unmittelbar glattere, straffere und festere Haut, die sich mit der Zeit verbessert. Der Lifting-Effekt war spürbar, aber das Schönste für mich war, dass sich die Haut straffer anfühlte. Die Qualität der Haut ist besser. Sie fühlt sich dicker und ein wenig weicher an. Ich bemerkte, dass mein Gesicht runder und straffer war. Die Haut besteht aus zwei Schichten. Der sichtbaren, außenliegenden Schicht, genannt Epidermis, und einer tieferliegenden Schicht, genannt Dermis. Die Hauptstrukturkomponente der Dermis ist ein Protein namens Kollagen. Der Schlüssel zu einer gesünderen und jünger aussehenden Haut. Alter, Genetik, Sonnenbäder und andere Faktoren tragen zu einem tendenziellen Abbau des Kollagens bei. Dies resultiert in sichtbaren Zeichen der Hautalterung, wie Faltenbildung und Hautverschlaffung. Durch die Berührung mit einem hochentwickelten Thermatipp gelangt die Energie der Radiofrequenz in die tieferen Schichten ihrer Haut und erhitzt das Kollagen, während die äußere Hautschicht durch eine permanente Kühlung geschützt wird. Diese Erhitzung führt zu einer unmittelbaren Kontraktion des vorhandenen Kollagens. Im Laufe der Zeit wird dann festeres Kollagen gebildet. Das Ergebnis ist eine sichtbar straffere Haut mit einer Natürlichkeit ausstrahlenden Verbesserung der Spannkraft der Haut, der Gesichtskontur und der Hautoberfläche. Und Thermage ist die ideale Möglichkeit für alle Hauttypen. Die Thermage-Behandlung verändert die Gesichtskonturen und strafft die Haut, inklusive der Augenpartie, Cremefüße, Stirn und Braue, Wangen, Nasolabialfalten, Kieferlinie und Kinn. Die Thermage-Behandlung ist eine sichere Anwendung ohne jeglichen Eingriff, die ausschließlich in einer ärztlichen Praxis durchgeführt wird. Abhängig von der Größe der zu behandelnden Region kann die Methode von 20 Minuten bis zu 2 Stunden dauern. Der Therma-Tipp gibt die Energie der Radiofrequenz an die Dermis ab. Jedes Mal, wenn ein Energiepuls ankommt, spüren sie eine kurze Erhitzung. Dies weist darauf hin, dass die Thermage-Behandlung anschlägt und ihr bestehendes Kollagen festigt und stimuliert. Um ihre Haut zu schützen und die Behandlung angenehmer zu machen, wird die Oberfläche der Haut vor, während und nach jeder Energieanwendung gekühlt. Ihr Hitzeempfinden während der Behandlung wird Ihren Arzt dabei unterstützen, die Behandlung so effektiv wie nur möglich anzuwenden. Es war dieses Leichtstechen der etwas kribbelnde Gefühl, als das Handstück über mein Gesicht geführt wurde, aber keineswegs unangenehm. Die Behandlung mit Thermage sollte angenehm sein und verlangt keinerlei Anästhesie oder Gabe von Beruhigungsmitteln. Ihr Arzt verabreicht Ihnen vor der Behandlung gegebenenfalls ein leichtes Schmerzmittel, um das Schmerzempfinden zu minimieren. Patienten können sofort wieder ihren normalen Aktivitäten nachgehen. Nach der Behandlung sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Ein guter Haut- und Sonnenschutz werden als Teil der üblichen Schutzmaßnahmen empfohlen. Die einzigen Anzeichen der Behandlung sind eine natürlich glattere, jüngere und gesündere Haut. Ich konnte die Behandlung in der Praxis meines Arztes durchführen lassen und am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen. Ich habe am nächsten Tag im Garten gearbeitet und bin zum Supermarkt gegangen. Und ich ging sogar zum Sport. Viele Leute sagten mir, ich würde besser aussehen. Sie überlegten, ob ich vielleicht eine neue Brille hätte. Mehrere Freunde sagten zu mir, wow, hast du abgenommen oder trägst du dein Haar anders? Das Ergebnis ist sehr natürlich und niemand hat wirklich bemerkt, dass ich etwas habe machen lassen. Aber ich habe viele Komplimente bekommen. Thermage ist die fortschrittlichste Methode, um die Haut zu straffen und die Gesichtskonturen zu erneuern, ohne dass eine Regenerierungsphase erforderlich ist. Als eine bezahlbare, nicht invasive Methode repräsentiert Thermage einen weiteren Fortschritt in der modernen Behandlung zur Umkehr der Hautalterung. Diese einzigartige Methode wird nur in Praxen qualifizierter Mediziner angeboten. Konsultieren Sie Ihren Arzt, um herauszufinden, wie Sie von einer Thermage-Behandlung profitieren können. Thermage für eine zartere, schönere und natürlich jünger aussehende Haut. Ich fühlte mich gut, wenn die Leute sagten, ich sähe gut aus. Mein Gesicht wird jünger. Es gibt keinerlei Nebenwirkungen. Leute sagen mir, wow, du siehst gut aus. Für dein Alter siehst du umwerfend aus. Es war also eine absolut angenehme Erfahrung. Ich würde Thermage definitiv jedem als eine schmerzfreie Methode mit guten Resultaten empfehlen. Keine Regenerierungsphase. Wunderbar! Keine Regenerierungsphase. Wunderbar! Vielen Dank.